so ich war gerade auf dem markt ziemlich günstig seht ihr das leckere gemüse da kann man sich satt kaufen und satt essen an dem leckeren gemüse da sind jetzt verschiedene da gibt es dann auch italiener da gibt es leckere auberginen direkt aus italien und orangen und da gibt es dann im nächsten video leckeren auberginen schnitzel die sind lecker also einfach mal gucken was in eurer nähe die einkaufsmöglichkeiten also wir hauen uns jedes wochenende so was leckeres rein da freuen wir uns da gibt es dann auch hälfte da hat jemand anders schon angeschnitten aber das wird dann auch passen dann freut ihr euch auf die nächsten tage gibt es noch ein paar videos